Guten Tag, mein Name ist Janino Reisner, ich bin Arzt bei M1 Made Beauty und möchte Ihnen heute ein wenig über die Lippenunterspritzung erzählen. Die Lippen sind ein wichtiges Augenmerk im Gesicht des Menschen und gerade beim Anschauen achten viele Menschen nur auf die Lippen im ersten Moment. Da nicht jeder die Lippen hat, die er sich vielleicht gern vorstellt, kann man hier eine Unterspritzung mit Hyaluronsäure vornehmen. Hyaluronsäure ist ein Dermafiller, bedeutet man spritzt ein Füllmaterial, was Volumen gibt, in die Haut bzw. ins Gewebe und erreicht damit einen Fülleffekt und eine Volumenzunahme. In den Lippen läuft das folgendermaßen ab. Sie können gern zu uns kommen und sich über die Lippenunterspritzung erst einmal beraten lassen, sie dann auch gleich vornehmen oder gern einen neuen Termin machen und nochmal kommen. Wenn Sie reinkommen, sprechen wir gerne darüber, wie Sie sich Ihre Lippen vorstellen, was Ihre anatomischen Gegebenheiten sind, denn nicht aus jeder Lippe ist zum Beispiel eine Megan Fox Lippe zu machen. Wenn wir dann die Unterspritzung vornehmen, legen Sie sich auf unsere weißen Liege. Ich würde dann in der Lippe ungefähr acht Unterspritzungen bzw. Einstiche vornehmen. Dabei kann man auf unterschiedliche Präparate zurückgreifen, die alle einen kleinen unterschiedlichen Effekt haben, worüber wir natürlich vor der Unterspritzung reden. Viele Patienten haben ihre eigene Vorstellung, wie sie ihre Lippe danach gern möchten. Dabei ist es wichtig, dass man sich abspricht, welche Wünsche der Patient hat und was wirklich umsetzbar ist. Nach der ersten Unterspritzung hält das Produkt ungefähr zwei, drei Monate in Ihren Lippen. Sollten Sie in dem Zeitfenster eine erneute Unterspritzung vornehmen, kann das Produkt auch vier bis sechs Monate halten. In diesem Zeitfenster kann man dann, wenn man weitere Unterspritzungen vornimmt, die Lippe auch formen. Viele Patienten kommen natürlich mit einer schmalen Lippe und möchten diese aufgefüllt haben bis zu einem gewissen Maß. Dort kann man sich auch ganz gut rantasten. Unser kleinstes Produkt dabei, unsere Essgröße ist die 0,55 Milliliter, mit der man auch schon gute Ziele erreichen kann und im weiteren Verlauf über Wochen hin dort ein gutes Volumenergebnis erreichen kann. Sollten Sie sich für eine Lippenunterspritzung entschieden haben oder interessieren, melden Sie sich einfach bei uns per E-Mail oder per Telefonnummer. Wir sind weiterhin auch auf allen Social Media Kanälen aktiv. Sie können gern erst zur Beratung kommen und dann auch die Unterspritzung vornehmen oder sich gleich einen Termin zur Unterspritzung geben lassen. Wir würden uns sehr freuen. Ihr M1 Made Beauty Team. Dankeschön. 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 Bis zum nächsten Mal.